Einig herzlicher Adenrad, ich bin der Jörg alt, ich spiele drei Stücke. Das erste Stück heißt Concertini Nummer 2. Dieses Stück wurde von Trennung komponiert. Es ist ein Stück mit verschiedenen Sachen. Ich habe das Fischkate, man klopft dort und man zuckt dort. Es gibt noch jetzt leere Sachen. Das erste Stück 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 Das erste Stück